Jemand, der in Österreich eine Betriebsanlage oder eine Anlage ganz allgemein betreiben möchte, der braucht dafür eine Genehmigung. Um eine Genehmigung zu bekommen, wird ein Genehmigungsverfahren durchgeführt und da gibt es verschiedene Genehmigungsverfahrensarten und wo die Unterschiede im Detail liegen. Damit wollen wir uns in dieser Folge von 3 Minuten Umweltrecht ein bisschen näher beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Das Genehmigungsverfahren für eine Betriebsanlage, für eine Anlage im Allgemeinen existiert als dieses eine Genehmigungsverfahren nicht. Es gibt ein ordentliches Genehmigungsverfahren, es gibt ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren, es gibt manchmal ein Anzeigeverfahren, es gibt sogar Änderungen, die ich an einer Betriebsanlage durchführe, für die brauche ich gar kein Verfahren, um es dennoch rechtskonform umsetzen zu dürfen. Was sind jetzt die wesentlichen Unterschiede? Zuerst ist mit einem weit verbreiteten Irrglauben aufzuräumen, die Genehmigungskriterien, das heißt die inhaltlichen Anforderungen, die ein Projekt erfüllen muss, werden nicht heruntergesetzt, werden nicht weniger, wenn man sich nicht in einem ordentlichen Genehmigungsverfahren befindet, sondern beispielsweise in einem vereinfachten. Die Änderungen zwischen ordentlichen und vereinfachten Genehmigungsverfahren beziehen sich in aller Regel auf verfahrensrechtliche Aspekte. In einem vereinfachten Genehmigungsverfahren beispielsweise nach der Gewerbeordnung haben einfach weniger Leute, weniger Personen Parteistellung und können sich so nicht am Verfahren beteiligen. Im Abfallwirtschaftsrecht ein ähnliches Vorgehen des Gesetzgebers. Dort werden Parteienrechte entsprechend eingeschränkt im vereinfachten Verfahren, nicht jedoch die inhaltlichen Standards herunter- oder herabgesetzt. Ein weiterer Unterschied zwischen einem ordentlichen und einem vereinfachten Genehmigungsverfahren sind beispielsweise verkürzte Fristen. Wir wissen, eine Verwaltungsbehörde hat unverzüglich einen Antrag zu bearbeiten, ohne unnötigen Aufschub, wie es im Gesetz heißt, aber nicht länger als sechs Monate Zeit dafür. Gilt für das ordentliche Verfahren. In manchen Gesetzen haben wir im vereinfachten Verfahren verkürzte Verfahrensfristen, drei Monate beispielsweise, vier Monate beispielsweise. Diese Unterschiede spielen sich aber allesamt ausschließlich auf der verfahrensrechtlichen Ebene ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017